Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute spielen wir das Lied Big Big World. Es hat Viertelnoten, es hat Achtelnoten, die rechte Hand spielt mit fünf Tönen und die linke Hand in zwei Akkorden. Hört es euch einmal an. Wenn ihr es euch mal anschauen wollt, wie man das spielt oder vielleicht auch schon mitspielen wollt, dann kommt her an die Tasten.